Ja, ich weiß, es ist schon ein bisschen spät. Ich bin am letzten Drücker dran mit der Kanalvorstellung. Aber herzlich willkommen zu dieser Kanalvorstellung. Und zwar diesmal, es haben sich ja nur Revolution Art und der Tobias beworben für den Mai. Ich sage das auch hier am Anfang, ihr könnt euch immer unter dem aktuellen Video mit eurem Kanal bewerben. Bei Revolution Art habe ich mir jetzt halt gedacht, sie hatte sich ja beim Gamers, im Game Master Video schon mal halbwegs vorgestellt. Deswegen habe ich mir gedacht, gut, ich nehme jetzt einfach mal den Tobias dran. Tobias steht noch hier am Anfang. So, starten wir erstmal mit dem Namen, ist ja in Ordnung, Tobias Gaming. Da weiß man direkt, dass es auf dem Kanal hier um Gaming geht. Ja gut, das Profilbild ist Geschmackssache. Kann man so lassen. Kann man aber natürlich auch nochmal abändern. Ja, sieben Abonnenten, 20 Videos. Was mir jetzt hier auch Übersicht, jetzt muss ich mal kurz gucken, Übersicht. Da ist auch nichts. Bei Übersicht ist auf jeden Fall direkt, da habe ich erst gedacht, da sind keine Videos drauf. Aber, wenn man jetzt hier klickt, bei Videos, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, hier fehlt, glaube ich, irgendwie ein Banner. Ein Banner sollte vielleicht noch her. Dann war Tobias einmal live. Eine Playlist, auf jeden Fall ganz wichtig, Playlisten anzulegen. Für deine Spiele. Dann hast du hier in der Community Tab was drin. Kanäle stellt der Tobias keine vor. Und dann kommen wir zur Kanal-Info. Hallo, ich heiße euch willkommen auf meinem Livestream-Kanal. Der Stream bleibt online. Ihr könnt ihn also ohne Probleme anschauen. Viel Spaß hier auf meinem Kanal und abonnieren nicht vergessen. Gut, das bleibt ja jedem übersehen. Das ist ja eher so eine kleine Aufforderung, finde ich. Weiß ich nicht, ob ich mich dann direkt so als Zuschauer angesprochen fühle. Weil, ja, könnte man vielleicht anders formulieren, sage ich jetzt mal so. Am besten vielleicht so umformulieren über ein Abo. Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Gerne dürft ihr mir auch mal ein Like da lassen, sowas zum Beispiel. Ich nehme alle Videos raus. Das muss aber korrigiert werden. Das sollte wohl hier heißen, kommen nur Livestreams. Obwohl, du hast ja auch Let's Plays oder Gameplays-Videos gemacht. Aber dazu kommen wir gleich. Banner und Bild ist noch in Bearbeitung. Okay, da habe ich jetzt gerade ja am Anfang drüber gesprochen gehabt. Gut, das ist in Bearbeitung. Seit 2016 existiert der Kanal. Okay. Aber ich glaube, Tobias, du machst ja noch nicht allzu lange hier was auf dem Kanal. Kommen wir mal zu dem Livestream. Mir ist nämlich bei den anderen Videos, ist mir auf jeden Fall auch schon was aufgefallen. Das gucke ich mal hier kurz rein. Hier am besten auch reinschreiben bei FIFA, um was es geht. Um was geht es? Mit welchem Verein? Nein, also und was ganz wichtig ist, auch beim Live sollte man mit Mikrofon arbeiten. Man sollte bei Live wirklich mit Mikrofon arbeiten, weil ein Livestream, ohne dass man mit seinen Zuschauern direkt spricht, guckt sich einfach keiner an. Das ist so meine Meinung dazu. So, dann gehen wir hier nochmal raus. Jetzt spinnt das. So, dann kommen wir jetzt hier zu den Videos. Das ist ja eigentlich auch nicht schlecht. Hier steht der Titel drin. Aber da habe ich mal reingeschaut, du arbeitest ohne Stimme. Also deine Stimme sollte bei Live, gerade bei Livestreams, habe ich ja gerade gesagt, bei Livestreams zu hören sein. Und wenn du sowas machst, dann würde ich vielleicht noch hinschreiben, hier zum Beispiel in der, als Hashtag zum Beispiel, auch du solltest mit Hashtags arbeiten und vor allem mit Thumbnails arbeiten. Dann würde ich nämlich dann zum Beispiel beim Thumbnail auch draufschreiben, dass es ein Gameplay-Video ist. Also ich persönlich mag jetzt nicht so gerne Gameplay-Videos. Ja, wenn man jetzt natürlich, oder wenn man natürlich jetzt mal was schnell nachschauen muss, wenn man in den Spielen nicht weiterkommt, ja, dann hilft auch schon mal ein Gameplay-Video. Aber selbst da würde ich sagen, greife ich lieber auf ein Let's Play zurück. Ja, so viel auf jeden Fall schon mal dazu. Dann schauen wir hier mal rein. Also wie gesagt, da ist mir schon direkt aufgefallen, dass deine Stimme nicht zu hören ist. Und das ist das A und O als Gamer. Stimme ist A und O. Ich meine, dass man sich zeigt vor der Kamera, muss es nicht unbedingt sein. Aber würde ich dir auch noch empfehlen, je nachdem, was du für eine Konsole hast, würde ich dir vielleicht auch noch empfehlen, mit Kamera zu arbeiten am Anfang. Dass die Zuschauer dich erstmal auch richtig kennenlernen können. Ja, also hier ist es halt Resident Evil 7, was du ja gerade hier, wo du gerade dran bist. Wie gesagt, ich finde, das ist das A und O, mit Stimme zu arbeiten als Gamer auf jeden Fall. Ja, aber ihr könnt ja gerne trotzdem mal bei Tobias vorbeischauen. Also das Wichtigste habe ich euch jetzt gezeigt. Das sind auch alles nur Vorschläge und Tipps von mir. Wie ich das jetzt, sag ich mal, machen würde. Auf jeden Fall mit... Meine Empfehlung ist einfach, mit Thumbnails zu arbeiten, weil du hast ja geschrieben, an Banner und Bild bist du ja dabei. Aber mit Thumbnails zu arbeiten und mit Hashtags zu arbeiten. Und halt hier reinschreiben, wenn das nicht gerade ein Let's Play ist, wenn deine Stimme nicht zu hören ist, dass es ein Gameplay ist. Das muss auch noch mit rein. Vor allem auch als Hashtag. Hashtag Gameplay. Und dann Hashtag, wie das Spiel heißt und so weiter und so fort. Ansonsten, so die Titelbeschreibung ist ja auf jeden Fall schon mal gut, muss ich sagen. Ja, das war es mit der Kanalvorstellung dann für den Mai. Ja, wie gesagt, ihr könnt euch alle gerne ab jetzt für den Juni bewerben. Ich gucke mal, dass ich im Juni mal ein bisschen früher mache, weil letzte Woche bin ich ja auch erkältet. Also ist noch nicht ganz weg. Deswegen war ich auch gestern seit langem mal wieder live, gestern Abend. Und ja. Dann, wer mag, kann gerne beim Tobias auch mal reinschauen. Ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt hier an dieser Stelle und sage Tschau bis zum nächsten Kanalvorstellungen.